Ich mache hier die ganzen Rätsel auch echt fünfmal, nur weil ich nicht weiß, wo ich landen muss. Tiki Baby Steps. Das hier. So. Hier ist einfach so ein Berg hinauf. Was soll das denn hier? So, dann sind wir jetzt hier. Hier. So. 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 . So. . So. . So. 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 So, auf jeden Fall schon mal. Das klappt hier auch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das war doch das Don't Look Down Ding, ne? Don't look down. Tun wir nicht. Tun wir doch. Wir schauen nicht runter, keine Sorge. Passiert ja auch was, wenn ich nicht nach unten stehe. Schau mal. Ich weiß es nicht. Ach ja, genau. Dann ging es hier. Was passiert, wie ich mir das jetzt angucke? Das sieht auch hier wieder auf. Ach ja, genau. So, aber hier waren wir doch schon mal. Dann sind wir wieder hier. Na, vielen Dank. Aber das ist auf jeden Fall neu. Ich brauche mehr von diesen blauen Dingern, um da durchzukommen. Und letztes Mal wusste ich auch, wo ich die her bekomme. So, was ich jetzt auf jeden Fall einmal machen kann, ist ... So, was ich jetzt auf jeden Fall machen kann, ist ... Ich will ja. Gucken, ob ich das hinbekomme. Das bekomme ich also nicht hin. Das wäre auch Quatsch gewesen. Um...